Liebe alle da draußen und hier drinnen, wir erhöhen jetzt die Drehzahl, weil wir jetzt in den Modus der Lightning Talks schalten. Das heißt, wir starten mit zehn Minuten lang, tun wir in wenigen Minuten gleich, wir warten noch, dass der digitale Raum freigeschaltet ist. Achso, jetzt, aber nee, machen wir gleich. Wir starten also. Lightning Talks, wir sind auf dem Weg in die Einflugschneise dorthin. Die werden im Laufe des Nachmittags jetzt nur noch fünf Minuten haben, aber wir starten jetzt mit zehnminütigen Vorträgen. Immer jetzt im ersten Slot, zwei an der Zahl und danach haben wir gemeinsam für beide Sprechenden zehn Minuten Zeit für eure Fragen. Ich mache das jetzt immer so, damit wir die Zeit einhalten, weil wir ja jetzt verkürzen. Ich sage eine Minute vor Schluss und das betrifft gleich unseren ersten Keynote Speaker. Ihr habt noch eine Minute und danach Time is up und dann geben wir das Mikrofon weiter. Worum geht es jetzt? Campus und Coachings auf in die digitale Transformation. Ich habe es vorhin schon erwähnt, seit 2018 entsteht am Heilbronner Bildungscampus ein Standort der TU München. Und so heißt er denn auch, TUM, T-U-M, Campus Heilbronn, gleichzeitig einer der Projektpartner des KI-Campuses Hub Baden-Württemberg. Jetzt werden wir BWL und Informatik eng miteinander verzahnen im nächsten Slot und fragen, wie ein Hochschulstandort der Zukunft aussehen soll, konzeptionell. Konzeptionell, das werden wir jetzt in den Fokus rücken. Ich freue mich sehr, den ersten zehnminütigen Talk abzugeben an Helmut Kretschmer als Gründungsdekan, Leiter des Kretschmer Labs an der TUM School of Computation Information Technology. Und er ist außerdem auch noch Beauftragter des Präsidenten für diesen Campus und gibt uns jetzt spannende Einblicke. Donnernder Applaus, zehn Minuten für Helmut Kretschmer. Da ist er. Ja, ganz herzlichen Dank. Es ist wunderbar zu berichten, wie ein Campus for the Digital Age aussehen könnte, was man da vielleicht berücksichtigen kann. Mein Name ist Helmut Kretschmer, eben schon eingeführt. Die Schreibweise des Nachnamens ist natürlich im Zeitalter der Bandbreitknappheit entstanden. Strategische Vorgabe damals, möglichst wenige Buchstaben, aber sehr viel semantisches Wissen drumherum, wie man das ausspricht. For the Digital Age hört sich ja an wie ein fürchterlich langweiliges Schlagwort, ist aber ganz absichtlich entstanden. Und ich will darüber berichten. Ich will nicht berichten über die Frage der Innovation der Technischen Universität München im Lande Baden-Württemberg und die dahinterstehenden verfassungsrechtlichen Fragen. Ich will nicht berichten über die Frage, wie Innovationen sich umsetzen, aber das in Kontext stellen, was passiert, wenn man Innovationen vorantreiben möchte, ohne, wie das Bertolt Brecht mal so schön gesagt hat, das Volk auszuwechseln. Also IWI macht man das, um das in den Kontext hineinzubringen. Denn üblicherweise, wenn man sagt, ihr gründet einen neuen Campus, dann ist es ja quasi wie eine grüne Wiese. Und da stellt man jetzt so einen Campus drauf und Campus kommt dann, das hätten wir jetzt natürlich im Zeitalter von JGPT unbedingt machen müssen, wie so ein UFO im Stile der holländischen Malerei hier hingeschwebt und ist dann da. Interessanterweise ist es ja so, dass sich das so wie eine Welle anfühlt, nämlich, fragen Sie sich einfach mal so probierungsmäßig, würden Sie diese Welle surfen? Erfahrene Surfer würden sagen, nur wenn man wirklich alle Kontextbedingungen hat, wenn man sehr versiert ist. Und diese Welle könnte jetzt digitale Transformation sein, die Welle könnte aber auch KI sein. Und hier wird sehr viel über KI diskutiert, dazu auf jeden Fall unausweichlich, dass sie kommt. Und wenn jetzt der Auftrag ist, bau doch mal einen neuen Campus auf in einem anderen Bundesland von einer Universität, die schon Kunden hätte und zu den Weltbesten eigentlich gehört, kann man ja schlecht dem Mutterschiff sagen, ändere dich mal, damit wir hier innovativ sein können. Denn wir prüfen erst mal, in welche Rahmenbedingungen, in welche Welt wird das jetzt eigentlich eingesetzt. Und ich glaube, das Spannende ist, sich klarzumachen, dass das ja in eine Welt hineingeht, ein neuer Campus des Lernens. Ich habe hier aus Gender-Themenstellen aus dem Lerner einen Lerner gemacht, dann ist es eine andere Sprache, das haben wir in vielen Fällen. Und da ist es dann klar, dass alle gemeint sind. Und was passiert, und deswegen ist ein neuer Campus so spannend, ist durch die Notwendigkeit, sich klarzumachen, dass im Laufe der Zeit das Bildungssystem sich stark verändert. Das ist zu berücksichtigen bei der Innovation. Die Lernenden sind nicht mehr nur Empfänger von Wissen, sondern in vielen Fällen auch die Quelle von Ideen. Moderne Universitäten arbeiten mit ihren Studierenden daran, neue Dinge zu erfinden und benutzen sie nicht als Ideengeber, sondern binden sie ein in diesen Prozess. Wir haben mittlerweile auch begriffen, dass das Lernen nicht einmalig passiert. Dann habe ich ausgelernt, einen Beruf gelernt, den Meister erworben und das wäre es dann, sondern dass das lebenslang funktioniert, in ganz unterschiedlichen Kontexten, dass der Lehren, die Lehrenden quasi von nicht mehr Wissenslieferanten sind, könnte man ja Bücher nachschauen oder früher hätte man gesagt googeln oder jetzt einfach mit einem Chat erledigen, sondern dass sie eigentlich Designer sind für Lernerfahrungen, Lernerfahrungsräume entwerfen, in denen es ja Spaß macht zu lernen. Das Schlimmste, was einem ja gesagt werden kann, ist, ihr macht neue Lernmethoden. Ich will nicht mehr lernen, ich habe in der Schule genug lernen müssen, das ist grausig. Also Lernerfahrung. Dann ist oftmals so, dass wir betrachten müssen, Education as a Service. Nicht jeder muss das Lehrbuch neu erfinden, jeder die Unterlagen neu erfinden. Die sind ja vielfältig gleich für das Moderieren und das Coachen der Erfahrungen. Also können die bereitgestellt werden, etwas als Education as a Service. Und dann gibt es natürlich, jetzt muss ich schauen, eine ganze Menge an neuen Technologien, die da einzubetten sind in diesen Lernprozess. Wie sieht der also aus? Die Lernerpopulationen sind ganz unterschiedlich. Wir unterscheiden die Generationen ja nach den Buchsteiben des Alphabets. Man kann hoffen, dass es noch mehrere Generationen hinten dran gibt. Wir sind jetzt schon bei Z. Das lag einfach mal daran, dass MacGregor das mal so eingeteilt hat. Dann haben die aber ganz verschiedene Ziele. Will ich was lernen, um jetzt etwas reparieren zu können? Oder will ich was lernen, weil ich neugierig bin? Es gibt ganz bestimmte Betriebsmodelle. Die klassische Vorlesung ist ein Betriebsmodell 1 zu N. Eine Person redet viel, die anderen hören zu. Das interaktive Modell ist ein N zu N in vielen Gruppenmodellen. Wir haben Lerntheorien, wie eigentlich gelernt wird. Wie spannend muss das sein? Wie langweilig darf es sein? Wir haben eine Frage der Curriculumsarchitektur. Wenn wir nachher noch hören, soll das wenige Menschen erreichen? Soll das viele Menschen erreichen? Soll das in kleinen Teilen erreichen? Wir haben die Frage der Curriculumskonfiguration. Wer kommt da eigentlich alles mit hinein? Und eine ganze Menge an Lerner- und Unterstützungsdiensten. Also wer sich beispielsweise fragt, was kann KI tun, nicht nur an einer Stelle Wissen weitergeben, sondern in alle diese Tätigkeiten mit eingreifen und die unterstützen. Wenn man das eintut in die Fragestellung der digitalen Transformation, uns hieß ja vor der Digital Age, dann ist klar, dass diese vier USAT unausweichlich, unumkehrbar, ungeheuer schnell und natürlich unsicher in der Entwicklung. Und wenn man das auf Bildung überträgt, dann kommen vier Veränderungen raus, nämlich eine Lerner- und Lehrerzentrierung, ein schnelles Feedback, das gebraucht wird, eine skalierbare Community-Entwicklung, das werden wir nachher noch hören, und eine ganz individuelle Dynamik im Transformationsprozess. Jetzt fragen Sie sich, warum so viel Vorrede? Sollte doch berichten über den TUM Campus in Heilbronn. Naja, das ist das Umgebung, warum man sowas konstruieren muss vor der Digital Age. Und jetzt funktioniert das natürlich an der TU München. Auch die gibt es schon seit über 125 Jahren. Die hat gerade sich reorganisiert, um mehr Translation zu machen. Die hat gerade die Fakultäten abgeschafft, um sie in Schools zusammenzufassen. Die hat sich verpflichtet für einen ganz breiten Innovationsfokus, Mensch, Natur und Gesellschaften. Da muss natürlich so ein neuer Campus reinpassen. Und so sieht das jetzt tatsächlich aus. Das ist der Bildungscampus, TUM Campus Heilbronn, For the Digital Age, eingebettet in den Bildungscampus Heilbronn, in einem Bildungsökosystem mit ganz anderen Institutionen. Da muss ich also die Herausarbeitung wirklich machen. Und ich zeige Ihnen jetzt in den letzten Minuten mal das Ergebnis. For the Digital Age heißt für uns, dass Management und digitale Technologien miteinander verbunden werden. Nicht nur übereinander sprechen, sondern wirklich sich miteinander verschränken. Klar, in dieser Region gibt es herausragend viele Weltmarktführer, an jeder Autobahnauswahl mindestens einen. Und dann geht es auch immer um die Frage der intergenerativen Nachhaltigkeit, Vulgo-Nachfolgeprobleme. Wer nimmt es denn jetzt rüber? Wenn man sich es genau überlegt, dann entwerfen Führungskräfte und Manager Organisationen und Prozesse, die fallen nicht vom Himmel, Informatikerinnen entwerfen, Prozesse bauen Systeme und gestalten an der Stelle. Also alle gestalten etwas. Und wenn Design-Mindset eins ist, dann ist es eine gewisse Demut vor dem Problem, das man lösen muss. Es wird nämlich garantiert auch mal schief gehen. Und dann schließt sich eine ganz internationale Vernetzung. Sie sehen unten so ein paar Logos von Universitäten, mit denen wir jetzt schon international versetzt sind. Das geht von Oxford, über die Aschesee in Paris, über die Hebrew University in Jerusalem, der ETH Zürich jetzt bis nach Stanford, mit denen wir austauschen, was wir in diesen Themen eigentlich machen können und wo wir gemeinsam uns verbünden, die großen Probleme dieser Welt zu lösen. In der Summe 32 Professuren. Wir sind ein akademisches Start-up. Wir sind seit viereinhalb Jahren unterwegs. Jetzt haben wir über 500 Studierende, 70 Prozent Nicht-Deutsche aus vielen unterschiedlichen Ländern. Und das macht ungeheuer Spaß, sowas aufzubauen und dann auch in den KI-Hub zu führen. So, was ist jetzt die Kernkompetenz, die wir vermitteln wollen? Datenwissenschaften. Nämlich die Fähigkeit, aus den Daten, die wir absichtlich oder unabsichtlich erhoben haben, in verantwortlicher Art und Weise neue Erkenntnisse zu zielen und umzusetzen. Deswegen wird es neben der klassischen BWL und der klassischen Informatik ein Thumhal-Bronn-Data-Science-Center geben, in denen interessanterweise sowohl Professorinnen aus der BWL als auch aus der Informatik gemeinschaftlich arbeiten und die alle anderen einladen, das entsprechend zu tun. Kann so falsch nicht sein. Ich komme gerade aus San Francisco zurück. Da gibt es ein Stanford-Data-Science-Center. Das sind die einzigen, die direkt neben dem großen, quasi heiligen Platz, ihr neues Gebäude jetzt kriegen. Das zeigt so ein bisschen Bedeutung der Datenwissenschaften, die natürlich KI brauchen und nutzen, um es noch täglich zu tun. So und ganz zum Abschluss kann ich sagen, was passiert da? Da wird das aufgebaut. So sieht dann der Campus irgendwann mal in der Zukunft aus. Und ich muss natürlich die letzte 0,8 Minute noch nutzen, um einen kleinen Impuls zu setzen. Was ist das eigentliche Problem des Designs eines solchen Campus? Die Frage ist nämlich, wie man mit dieser Abwägung Breite versus Tiefe umgeht. Sie kennen alles Inch-Wide-Mile-Deep. Das ist der Spezialist für etwas, der sofort sagt, es ist nicht mein Ding außerhalb meiner Abtäufung. Die Alternative ist zu sagen, ich mache das generell, sehr generalistisch, Mile-Wide-Inch-Deep. Also ich weiß schon, dass es da sowas wie KI gibt, aber mehr weiß ich jetzt eigentlich nicht. Immerhin den Begriff kenne ich schon mal. Alternative wäre, das in T-Form zu machen, sozusagen ein bisschen Tiefe zu haben und ein bisschen breiter. Und dann kommen wir zum Abschluss tief und breit über die Zeit wie so ein Pi-Shape. Das ist wunderbar. Denn das könnte man jetzt genau da reinlegen, in die Mitte. Zwei Abtäufungen, über die Zeit lernt man das. Und dann bin ich schon an der allerletzten Folie. Wer etwas will, findet Wege. Und wer etwas nicht will, findet Gründe. Sie haben einen Weg gefunden, mich zu stoppen und glüppern. Vielen Dank. Vielen Dank. Es läuft auch mit der menschlichen KI. Große Klasse. Tausend Dank, weil wir wollen ja nachher Zeit für die Fragen haben. Wie wollen wir es denn jetzt machen? Ich würde vorschlagen, wenn Sie erlauben, Sie suchen sich einen der beiden Schweindal aus, der Tische, und wir holen Peter dazu. Richtig? Machen wir so. Okay. Jetzt geht es um Individualist Coaching für KI-Gründerinnen, Gründerinnen und zwar hat gemeinsam mit dem Team des KI-Campus die KIT Innovation G GmbH ein hybrides Weiterbildungsformat gegründet für Gründungsinteressierte, um praktisches Wissen über KI und Unternehmerinnen-Geist zusammenzubringen. Und das Interessante ist, da gibt es digitale Lehrangebote und Lernangebote, aber eben auch individualisiertes, persönliches Coaching. Darüber wird uns jetzt eine Menge erzählen. In zehn Minuten Peter Hottum, er leitet seit mehreren Jahren einen großen Industry-On-Campus-Hub, berät öffentliche Organisationen und KMUs zu Digitalisierungsstrategien und ist überzeugt, dass KI fair und nachhaltig sein kann. Und er ist Co-Geschäftsführer der KIT Innovation G GmbH. Herzlich willkommen, da ist er schon. Okay, zehn Minuten. Zehn Minuten, vielen Dank. Vielen Dank für die Einführung und die Einladung. Und es ist unheimlich beeindruckend, was hier passiert. Und es ist auch unheimlich beeindruckend, was Sie gerade vorgestellt haben, Sie und Ihr Team und die Kolleginnen und Kollegen außenrum. Für alle, die nicht das Privileg haben, hier in Heilbronn auf dem Campus studieren zu können, haben wir uns mit den Kolleginnen und Kollegen des KI-Campus überlegt, wie können wir denn dieses skalierbare Wissen und diese extrem guten Kurse, die dort existieren, können wir die Folie noch auf mich wechseln? Das kriegen wir hin. Sonst mache ich es ohne. Kriegen wir auch hin. Genau. Wie können wir denn diese extrem guten Angebote auf dem KI-Campus niedrigschwellig vielleicht in die Breite bringen? Wir haben die ganzen Tage jetzt schon diskutiert. Deutschland ist innovativ. Deutschland ist gut. Wir hier sind auch davon überzeugt, dass im Umfeld von KI ganz viel passiert. Wir wissen das. Ich glaube, wenn man das draußen fragen würde, ich mache gleich mal einen kleinen Test in der Runde und im digitalen Raum, hat das noch nicht jeder so präsent. Deswegen vielleicht zwei Fragen zum Beginn. Wer hier ist überzeugt, dass Deutschland ein innovatives Land ist? Ich behaupte es einfach mal, dass der ganze Saal tobt. Im digitalen Raum kann jeder mal in sich selbst hineinhören, jede und jeder. Die zweite Frage ist, wie viele von euch haben denn schon mal ein KI-Startup gegründet oder mit einem KI-Startup zusammengearbeitet? Das ist vielleicht nicht ganz so nah, das zweite. Aber da wackeln noch einige im digitalen Raum. Hoffe ich, dass die ein oder der andere jetzt auch dazu was sagen kann, sich angesprochen fühlt. Warum ist das denn vielleicht auch so? Also warum stehen wir heute an diesem Punkt und warum können und sollten wir und wollen wir da noch viel, viel mehr tun? Ich habe ein paar Bilder mitgebracht. Das Schöne bei Statistiken, wenn man die einbaut in so Präsentationen, man kann ja immer die nehmen, die einem gut gefallen, weil sie genau die Aussage unterstützen. Natürlich habe ich eine gefunden, aber die ist auch relativ neutral. Da wird geguckt, wie viel wird in Lehre investiert, wie viele Absolventen gibt es an Hochschulen, Universitäten, wie viel wird in F&E investiert, wie viele Menschen sind aktiv in bestimmten innovativen Bereichen. Da steht Deutschland immer relativ gut da. Wer jetzt wissen will, warum ist Deutschland beim letzten Mal nur Vierter geworden? Da kann man nach Singapur und andere Länder gucken. Aber auf die Frage, ist Deutschland innovativ? Sag ich definitiv ja. Ich glaube, viele andere würden das auch bejahen. Der Punkt ist ein bisschen, warum kriegen wir das nicht so vielleicht auf die Straße? Also warum passiert nicht noch viel, viel mehr, wenn wir doch alle tolle Ideen haben und wenn wir tolle Ausbildungen haben und wenn an Universitäten richtig gute Programme aufgesetzt werden? Und da ist eine Sache Wissenstransfer. Das kann man jetzt irgendwie in Patenten zählen. Das kann man in Lizenzen zählen. Das kann man zählen, wie gut werden vielleicht Services angeboten aufgrund von Erfindungen? Wie gut werden irgendwelche Vorprodukte produziert und sind anwendbar für Unternehmen im betrieblichen Umfeld? Da ist Deutschland nicht ganz so gut. Die Zahlen sind jetzt eher von vorgestern und die Tendenz stimmt heute auch immer noch. Also das heißt, da ist Deutschland nicht ganz so gut wie bei der Innovationskraft an sich. Und auch generell geschaut in der ganzen Welt. Die EU ist eigentlich gut aufgestellt, was das angeht. Und da ist Deutschland eben momentan eher so in der zweiten Hälfte, was Wissenstransfer angeht. Das heißt, das Problem ist wahrscheinlich nicht, die guten Ideen zu haben, sondern denjenigen, die es umsetzen können und wollen und sollen, ein Stück weit die Unterstützung zu geben. Und das vielleicht sogar nicht nur auf einem hohen akademischen Niveau, sondern teilweise wirklich niedrigschwellig und in der Breite. Vielleicht noch eine Sache, die bei uns anders ist wie in vielen anderen Ländern. Uns geht es unheimlich gut. Im Durchschnitt, und das ist ein Bild, wenn man unten die Achse sieht, das ist im Prinzip das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen. Da ist Deutschland relativ weit auf der Seite. Die andere Achse ist ein bisschen spannender. Und zwar hat die sich angeschaut, prozentual, wie viele Personen in frühphasigen Unternehmensgründungen, Aktivitäten eingebunden sind. Das heißt, kleine Ausgründungen, kleines Familienbusiness, Ein-Personen-Gesellschaften, Straßenhändler, bunte Mischung. Also wer hat irgendeinen unternehmerischen Anteil in seiner Tätigkeit? Wer hat dieses Mindset, ob freiwillig oder aus einer ökonomischen Situation heraus, unabhängig davon, da ist Deutschland relativ weit unten. Also es ist natürlich aus mehreren Gründen dann auch eine bewusste Entscheidung zu sagen, ich gehe vielleicht nach einem Studium nicht zu einem Unternehmenspartner, den ich schon kenne, aus meinen ganzen tollen Seminaren und Praxisangeboten, sondern ich traue mich mit der Idee, vielleicht wirklich was aufzubauen. Und danach kann ich ja immer noch zu dem Partner gehen. Oder ich verdiene eben richtig Geld mit meiner tollen Idee. Also es sind dann einfach andere Beweggründe. Die Notwendigkeit ist vielleicht eine andere. Vielleicht ist das Hemmnis auch ein anderes. Auf jeden Fall ist das mit ein Grund, warum wir gesagt haben, lasst uns mal versuchen, diese ganzen tollen Angebote auf der KI-Campus-Plattform umsetzbar zu machen und ein Stück weit in die Breite zu tragen. Übertragen wir das mal auf KI. Also was ich gerade eben gesagt habe, wenn man es mal für KI anschaut und da jetzt mal um es vergleichen zu können, habe ich was gefunden, wo das mal umgerechnet wurde, immer auf eine Million Einwohner. Das heißt, man kriegt dann eher so ein Gefühl dafür. Ist es wahrscheinlich kein großes Wunder, dass jetzt Israel, Singapur, Estland da relativ weit oben stehen. Auch da ist Deutschland relativ gut vertreten. Immerhin fünf pro einer Million Einwohner in dem untersuchten Zeitraum an Startups. Also man kann es dann im Verhältnis zu den anderen sehen. USA ist auch nicht viel weiter oben. Wahrscheinlich hätten sie Kalifornien-Leine genommen, hätte es ein bisschen anders ausgesehen. Sieht ja eigentlich gar nicht so schlecht aus. Ich meine, der Kuchen ist groß. Es gibt Schätzungen, dass im Jahr 2030 15 Billionen US-Dollar umgesetzt werden weltweit. Entweder direkt folgend aufgrund von KI-Technologien oder unmittelbar daraus abgeleitet, unterstützt davon. Das heißt, es ist ein großer Kuchen da. Wenn wir da irgendwo mitspielen, ist doch okay. Das Problem ist nur, der Kuchen wird ja jetzt schon ein Stück weit verteilt. Das heißt, der richtige Moment, um da jetzt noch weiter Gas zu geben und einfach Leute zu befähigen, zu motivieren oder vielleicht auch zu sensibilisieren, in so eine Richtung zu denken, da was aufzubauen, da was auszutesten, diese Angebote, die da sind, sinnvoll zu nutzen, der ist definitiv jetzt. Wir sind mittendrin. Was haben wir uns überlegt mit den Kolleginnen und Kollegen vom KI-Campus? Die Lernplattform ist unheimlich gut kuratiert. Es sind extrem inhaltlich wertvolle Formate da drauf. Das heißt also, die Lernmodule sind zugänglich. Das ist da. Was unheimlich schwierig ist, digital zu skalieren, ist ein individuelles Coaching. Also wenn ich eine Idee habe, dann will ich das mit irgendjemandem teilen. Dann muss ich mal darüber nachdenken, wie könnte das denn jemanden außer mir selbst interessieren? Ist da noch irgendjemand anders, der sowas brauchen kann? Wie muss ich das denn erklären? Wie ist denn mein Wertversprechen jemand Dritten gegenüber? Wie sehen meine Kunden vielleicht aus? Also wie kann ich ein Geschäftsmodell darauf aufbauen? Und das ist was, was schlecht skaliert. Also ich kann natürlich die Grundlagen vermitteln, aber ich kann individuelles Coaching, Sparings, Partner, das mal durchdiskutieren, mal verproben. Das muss individueller passieren. Das heißt, was wir uns überlegt haben, und das ist nämlich heute als kleines Angebot hier mit in den Raum und auch in den digitalen Raum an der Stelle. Wir würden gerne aufbauend auf den Angeboten des KI Campus ein individuelles Coaching anbieten, und zwar als Durchlauf Summer Sprint diesen Sommer im Juli für zehn potenzielle Gründerinnen und Gründer, die sich über den KI Campus registrieren können. Wie haben wir uns das vorgestellt? Um pragmatisch zu sein, wir müssen das erst mal jetzt aufbauen. Wir haben relativ gute Formate, von denen wir viel gelernt haben in den letzten Jahren, aber diese lokale Vernetzung und dieser direkte Austausch ist schon ein entscheidendes Qualitätskriterium von dem individuellen Coaching. Das heißt leider im digitalen Raum kleiner Filter an der Stelle. Wir würden das erst mal anbieten können im Großraum Heilbronn, Rhein-Neckar-Raum, Großraum Karlsruhe bis Stuttgart. Wenn jetzt die eine oder der andere aus dem anderen Bereich von Baden-Württemberg sagt, da würde ich unbedingt auch mitmachen. Trotzdem bitte bewerben. Ich sage gleich noch ein bisschen was zu den Modalitäten. Wir kommen auf jeden Fall in den Austausch. Wir werden dafür uns auch was überlegen können. Aber für diesen ersten Lauf jetzt im Sommer würden wir versuchen, das lokal zu halten, auch einfach, um nicht nur eine virtuelle, sondern eine physische Vernetzung möglich zu machen. Was muss diejenige oder derjenige mitbringen? Also die Kurse sich angeguckt haben, die einschlägigen auf der Plattform, die mal mitgearbeitet zu haben, wäre gut. KI sollte Kern dieser Idee dann auch sein. Es wäre ideal, wenn das im Prinzip dann auch hier verortet wäre, damit wir im Prinzip da Bezüge und die Netzwerke auch nutzen können, die wir haben. Und natürlich erste oder vielleicht sogar ausgeprägtere Ideen, wie KI eingesetzt werden kann in dieser spezifischen Idee. Und was wir dann zusammen erarbeiten werden, Bewerbungsphase wäre jetzt im Mai. Wir würden im Juni uns miteinander abstimmen, würden individuelles Coaching vereinbaren, würden ein Programm aufstellen und hätten den gesamten Juli-Zeit mit Coaches zusammen, Geschäftsmodell, Kundenansprache, alles das, was da mit dranhängt, generell dieser ganze Business-Kontext, der vielleicht sonst nicht so im Fokus steht, wenn man über seine coole Idee nachdenkt mit einer KI. Den würden wir gemeinsam ausdiskutieren, verproben und hoffentlich hätten dann am Ende dieses Sommersprints, zehn von euch, ein deutlich ausgereifteres Geschäftsmodell, eine gute Idee. Und wenn einige davon weitermachen wollen und demnächst dann beim nächsten Festival hier auf der Bühne stehen, davon erzählen, würde ich mich unheimlich darüber freuen. Für alle die, die jetzt im virtuellen Raum sitzen, weil alle anderen haben Flyer hier vor Ort, das ist der QR-Code. Was dort passiert ist, es gibt dort erstmal einen kleinen Fragebogen, um sich selber einzuschätzen. Das heißt, man kann mal gucken, wo stehe ich mit meiner Idee? Was für Kompetenzen fehlen mir denn vielleicht auch? Einfach mal das für sich durchspielen, mal ein bisschen reflektieren, worüber man so nachgedacht hat. Wir schauen uns das dann auch alles an. Man kann sich darüber auch direkt dann bewerben. Wir würden uns dann alle melden. Wir würden uns bei allen melden. So, nicht alle hier melden sich, keine Sorge. Und wir würden dann gemeinsam entscheiden, wie wir das im Sommer zusammen aufsetzen im Rahmen des Programms. Von daher, es wird eine kleine Kampagne geben auf der KI-Campus-Plattform, wer den Code jetzt nicht schnell abspeichern kann. Einfach dort in den nächsten Tagen gucken. Der gesamte Mai ist Bewerbungsphase und der Juli wäre dann unser Sommersprint. Das war es erstmal als Werbeblock. Dankeschön. Wow, mehr Zeit für Fragen. Klasse, vielen Dank. Vielen Dank. Darf ich ganz kurz nochmal nur rückfragen, damit ich es richtig verstanden habe. Dieses Coaching ist dann kostenlos. Für die, die identifiziert werden, ist es for granted. Genau, ist ein Geschenk. Ist ein Geschenk, okay. Aber kein Brain Grain. Finde ich schon interessant zu sagen, wir investieren in euch, aber sorgt dafür, dass es dann auch hier bleibt. Das bleibt hier. Also Regionsstärken. Genau. Okay, okay. Wir haben zwei digitale Fragen, die richten sich bewusst an Herrn Kretschmer, aber wenn Sie was dazu sagen wollen, herzlich willkommen auch. Also, muss ich wieder die Brille aufsetzen. Wie schätzen Sie angesichts der immer größeren Vielfalt von digitalen Tools und KI-Anwendungen sowie vorhandenem Wissen die Rolle der metakognitiven Kompetenzen von Lernenden ein und wie können diese gezielt in der Lehre gefördert werden? Warum lächeln Sie jetzt? Ich habe eine Folie rausgeworfen, nämlich die zu den Metakompetenzen. Warum haben Sie die rausgeworfen? Man kann ja nicht immer alles sagen. Also man muss ja auf die Fragen hoffen. Danke für die Frage. Metakompetenzen ist sowas wie neugierig sein, wie ausprobieren können, also die Angewohnheit zu haben, tatsächlich sich Problemen zu widmen, aber auch empathisch zu sein, was einen vielleicht von manchen KI-Lösungen unterscheidet. Das ist eigentlich das künftige Lernziel, weil das pure Wissen, wenn man das überhaupt so rausnehmen kann, das lässt sich vielleicht vermitteln und nachlesen im kognitiven Bereich. Aber das Üben, das sich etwas zutrauen, also diese Selbstwirksamkeitsvermutung in der Problemlösung zu entwickeln, das bedarf der Erfahrung. Und dazu gehört es dann auch immer wieder, die Frage, wie kann man das neugierig sein, ich nehme das mal als eine Metakompetenz daraus fördern. Und deswegen fangen Universitäten an, wir auch unsere Studierenden nicht als Entgegennehmer von Wissen zu betrachten, sondern als Quelle von Inspiration und begleiten dann diesen Prozess, das neugierig sein, könnten wir das nicht anders machen, könnten wir das nicht besser machen, muss das unbedingt so sein. Und deswegen ist das dann mehr Lerncoaching und ein Voranbringen. Und das ist eine ganz andere Atmosphäre. Deswegen brauche ich dann auch noch Universitäten, wo die Leute aufeinanderhängen, weil sie sich dann gegenseitig inspirieren können. Aber da geht man nicht hin, um etwas auswendig zu lernen, was man nachher abfragen kann, hast du das jetzt gelernt? Sondern vermittelt Erfahrungen, die vielleicht zeigen, wie sehr es sich lohnt, mit Menschen, die etwas andere Auffassungen haben, zu diskutieren, mit anderen Fächern zu reden. Das wären dann Metakompetenzen. Okay, darf ich dann die Frage wirklich nochmal in Richtung Coaching adressieren? Weil ich coache nicht Menschen richtig, sondern ich trainiere sie nur in Moderationsskills. Aber eines der größten Themen ist das Thema Selbstwert. Da vorne zu stehen, also was bin ich, was kann ich und so weiter. Inwiefern sind solche auch psychologischen Faktoren Teil dieses Coachings jenseits von anderen Hardskills, die es auch dafür braucht, um da draußen zu überleben? Also es wird unheimlich herausfordernd für uns werden, ganz offen gesprochen, weil wir nicht wissen, wer kommt da alles. Also wir glauben, es ist unheimlich interdisziplinär. Es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, es kommen jetzt immer fertige Teams und da ist immer einer dabei, der kann gut bezahlen. Da ist immer jemand dabei, der programmiert und einer ist dabei, der verkäuft. Das wird so nicht kommen. Gibt es andere Programme, dass es die Grundlage führt, da weiß man ungefähr, worauf man sich einlässt. Wir wissen es offen gesagt nicht. Ich gucke jetzt auch ein bisschen zu den Kolleginnen und Kollegen von der Campus Plattform. Da werden wir noch viel Spaß auch miteinander haben, glaube ich, weil wir werden schon recht viel diskutieren. Auch finden wir die richtigen Coaches, die die Leute dann im Prinzip motivieren, diese Kompetenz entweder anzufeuern, weil sie schon da ist, oder mit ihnen auszudiskutieren, wo sollten sie sich vielleicht verstärken und was brauchen sie im Prinzip noch, weil am Ende gewinnt wahrscheinlich eher das Team. Aber es ist interessant, weil da ist wieder die Agilität, die wir die ganze Zeit beschwören. Ihr wisst es nicht alles, es ist noch nicht alles gesteckt, sondern we go with the flow. Wir gucken, was reinkommt und dann gucken wir, dass wir das Beste draus machen. Okay. Ja? Selbstwirksamkeitsvermutung hat mal irgendein Bundestrainer, ich glaube, für Hockey gesagt, im Training und Umsetzung. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass Universitäten ja auch Räume sind, wo man diese Selbstwirksamkeitsvermutung, also Eigenbild, mal tatsächlich umsetzen kann und dann Menschen da sind, die sagen können, hm, das war schon sehr gut, da geht noch was, da stimmt es und da ist aber noch jemand, an den man sich wenden könnte. Das ist eine ganz andere Aufgabe, die Universitäten in ihrer Ausbildungsform dann haben, bis hin zu der Aufgabe zu sagen, so und jetzt bringen wir das als Translation in die Gesellschaft hinein, denn da wird es mit offenen Händen vielleicht genommen, viel besser noch für die Gründer, wenn sie das merken, dass das so ist. Ich habe noch eine weitere Frage aus dem Netz. Wie können Hochschulen ihre Lehrenden auf die digitale Transformation vorbereiten und unterstützen? Das ist eine große Herausforderung, denn viele der Lehrenden sind ja nicht in der Generation Z zu Hause und allein das, was ich glaube, auf der einen Zeile mal hatte, sich umzuwandeln vom Wissensweitergeber zum Lerncoach, ist schon eine innere Umstellung, das ist eine ganz andere Disziplin, die fängt mit Zuhören an, das andere fängt vielleicht mit Lesen an. Sind Sie ein Role Model dafür oder nicht? Das muss man die anderen fragen. Empfinden Sie sich selbst als Role Model? Oder andersrum gesagt, wo glauben Sie, dass Sie ein Role Model sind und wo vielleicht auch nicht für genau die Generation, die Sie jetzt gerade ausbilden wollen? Also für das eine Thema, das wir hatten, Education as a Service, also gemeinschaftliches Bereitstellen von Lernmaterialien, sind wir seit 20 Jahren Role Model, weil wir das seit 20 Jahren für über 1.500 Dozenten weltweit machen und das sich auch tatsächlich weiterentwickelt und dann erreicht man über dieses Modell in der Skalierung zwischen 40.000 und 80.000 Studenten pro Semester. Und das ist etwas, was sich entwickelt über die Zeit. Ich glaube, das muss man immer wieder weiterbringen, sich klarzumachen, dass genau da die Wissensweitergabe anders funktionieren kann als diese Selbstwertheitsvermutungsstärkung im deutschen Wortungetüm. Peter Horthum, wäre es auch denkbar, dem Coaching-Angebot ein Mentoring-Angebot an die Seite zu stellen im Sinne des Peer-Learnings? Also in dem Moment, wo wir mindestens zwei Personen haben mit ähnlichen Themen, haben wir eine Synergie. Und dann macht es auch Sinn, im Prinzip das zu verknüpfen. Haben wir Frühzeite schon angedacht. Das würden wir uns auch wünschen, dass es da ein paar Synergien, Überschneidungen gibt jetzt über den Sommer. Müssen wir aber ganz ehrlich gesagt schauen. Wir können jetzt erst mal nur versprechen, dass wir diesen einen Monat haben. Der wird recht intensiv. Das wird auch nicht ganz easy. Aber das ist jetzt auf den einen Juli diesen Sommer erst mal beschränkt. Mich würde jetzt die Diversitätsfrage noch interessieren, aber die stelle ich zurück bei der Auswahl. Stefan. Bin ich? Hörbar, ich bin hörbar. Ja, ja. Ja, vom KI Campus, Stefan Göllner, genau. Ich freue mich natürlich total, dass das stattfindet und dass wir auch zeigen können als KI Campus, dass ja diese Lokalisierung weg, wir sind eine digitale Plattform, jetzt sind wir plötzlich hier vor Ort und wir stoßen rein in ein Ökosystem. Also dieses Ökosystem, was da eben Herr Kretschmer skizziert hat, das zeigt sich ja genau in dieser Akteursbeziehung, die wir jetzt hier vor uns sehen. Jetzt wollte ich die Frage stellen, ist das nur eine These oder können wir jetzt nicht hier live sozusagen abfragen, spielt das aufeinander ein? Das heißt, die Frage, was muss denn der Peter jetzt tun, damit die Leute von Herr Kretschmer auch tatsächlich sich dafür bewerben, dann würde ja das Setting funktionieren. Ökosystem setzt ja Kenntnis voneinander voraus, das gibt es schon mal als Glückensbedingung für sowas. Ökosystem setzt auch Respekt voraus, nämlich vor dem Beitrag der anderen in dieses Ökosystem hinein und Ökosystem setzt auch voraus, dass man weiß, was man jetzt nicht gut tut. Ich freue mich, wenn Studierende und mögliche Gründer da sind und sagen, ich brauche ein paar Fragen, sagen, guck mal, da ist eine tolle Geschichte, geht mal dahin, schaut mal, denn wenn ihr ganz viele werdet, dann haben die viele Peer-to-Peer-Situationen und können sozusagen dieses Mentoring-Verfahren auch weiternehmen, dass man sich nämlich gegenseitig hilft oder gegenseitig zumindest die Fragen vorstellt. Und ich glaube, das ist die Notwendigkeit in diesem Ökosystem, immer wieder neue Angebote zu holen und dann klarzumachen, dass es dennoch zugeschnitten werden muss, auf das, was diese Person in ihrem Kontext mit ihrer Technikfähigkeit für diese Problemlösung hat, dann ist es nicht mehr so allgemein, sondern dieser letzte Schritt der Translation, das nämlich wirklich auf die Straße zu bringen, wie das so schön heißt, das ist dann sehr individuell. Noch was dazu? Also ich kann jede und jeden nur motivieren, relativ früh über diese Ideen zu diskutieren, auch mit anderen, die man hat. Es hilft nicht, wenn man möglichst lange daran brütet und was bastelt und danach feststellt, außer mir braucht das keiner. Und es ist auch sehr unwahrscheinlich, gerade bei KI-basierten Gründungsideen, dass das morgen direkt jemand nachbaut und verkauft, weil er das besser macht. Also da einfach ein bisschen vielleicht die Scheu verlieren, natürlich vielleicht nicht jedem erzählen und ein T-Shirt drucken und sich auf den Marktplatz stellen, aber in diesen Diskussionsgruppen mit Peers definitiv ist das ein Riesenmehrwert. Das wäre schön, wenn wir das hinbekommen würden, aber natürlich die jetzige Plattform ist asynchron. Man kann individuell sich sein Angebot zusammenstellen. Man kann auch darauf zugreifen, wann das einem persönlich so passt, bis wir da einen echten Austausch hinbekommen. Das wird noch eine Iteration brauchen. 25 Sekunden. Was ist die Antwort auf die Frage der Diversität? Weil in Bildungszusammenhängen ist ja ganz oft, wir müssen und wir brauchen und so weiter. Wir haben es vorhin gehört, es gibt mehr GründerInnen mit Migrationshintergrund im KI-Bereich als ohne. Das ist fast das Doppelte, wenn ich das richtig gelesen habe. Wie stellen Sie Diversität sicher? Bei der HUD, die da vorne reinkommt durch die Tür. Sicherstellen, ich freue mich sehr, wenn es sehr bunt ist, was reinkommt. Wir würden dann auch natürlich darauf achten, dass wir, wenn wir Entscheidungen treffen müssen, weil nicht alle mitmachen können, dass wir das relativ fair tun miteinander. Aber dass wir jetzt sicherstellen, dass bestimmte Gruppen sich stärker bewerben, wie andere, glaube ich, kann ich nicht am Anfang. Wenn Sie jetzt noch einen Wunsch frei hätten, damit das Ding fliegt, was Sie da vorhaben. Frage an Sie beide, was wäre der Wunsch? Ist ja nicht Weihnachten, aber so, wenn Sie einen Wunsch geben ans Universum, was ist das? Sie können auch nachdenken, erst bevor Sie antworten. Außer Geld. Über Geld gehen wir nie. Das ist langweilig. Man ist ja trainiert, auf Randbedingungen zu schauen. Also ich nehme mal Wunsch für den TUM Campus Halmronn, dass dir der gesamten Region so viel Schub vergibt, dass viele tolle, interessierte Menschen, woher auch immer, kommen und sagen, hier will ich es probieren, hier könnte ich es schaffen. Okay, Ihr Wunsch, Ihr Wunsch? Solche Netzwerke zu stärken, wie wir hier welche haben. Einfach den Menschen den Zugang zu geben zu den Informationen, die sie brauchen, um sie zu befähigen, damit weiterzumachen. Und da sind wir, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Wenn einer sich über KI informieren will, kann er das. Und wenn jemand Kunden will, einfach bewerben kann sie es auch. Schade, dass ich schon so alt bin. Super, vielen Dank. Tolle halbe Stunde. Tausend Dank für die Impulse und viel Glück beim Wunsch verwirklichen. Danke. Danke schön. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020